Ein Kurzvideo aus dem Fundus von Herrn Brinkmann zur Häufigkeitsinterpretation der Wahrscheinlichkeit. Wir haben eine Wahrscheinlichkeit gegeben, das kann man entweder schreiben als p gleich 0,73, denn wir haben ja gar kein Ereignis definiert, oder wir sagen, dass die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses sei 73% und 73% können wir dann auch gleich als 0,73 interpretieren. Und wenn wir jetzt diesen Zufallsversuch mit dieser Wahrscheinlichkeit 350 mal ausführen, wie häufig wird denn dann das Ereignis, das wir definiert haben, oder für das die Wahrscheinlichkeit 0,73 beträgt, wie häufig wird das auftreten und dazu gibt es dann eine Formel und diese Formel ist n mal p. Da könnte man jetzt zum Beispiel dann auch tatsächlich absolute Häufigkeit von E1 davor schreiben, ist gleich n mal und dann können wir hier auch p von E1 hinschreiben, sind andere Schreibweisen, aber bei Schreibweisen sage ich ja sowieso grundsätzlich, frag am besten vor Ort deinen Lehrer nochmal, denn der gibt dir nachher auch die Punkte oder halt eben nicht. Und das Ganze rechnen wir mal 0,73 und das ergibt die stolze Summe von 255,5, zumindest wenn wir jetzt 0,5 gelten lassen wollen. Wenn wir jetzt allerdings zum Beispiel sagen, das ist eine Gruppe von 350 Schülern, bei denen die Wahrscheinlichkeit, dass sie bestehen, 73% ist oder sowas, dann können wir natürlich nicht 255,5 Schüler angeben im Antwortsatz. Deswegen ist das ungefähr 256, wenn wir hier 0,5 und größer haben, dann wird das ja aufgerundet. Und so runden wir dann auch auf und je größer diese Anzahl hier ist, desto eher wird dann diese Prognose erfüllt. Das heißt, wenn wir hier 3500 haben, dann sind das ja mal 10 die ganze Suppe, dann haben wir hier 2560. Wir sind dann näher an 2560 dran, als an 256, beziehungsweise wenn wir den Zufallsversuch wirklich durchführen. Hier geht es ja tatsächlich um eine Abschätzung. Wir wissen eine Wahrscheinlichkeit oder wollen die nachprüfen, machen einen Zufallsversuch, beispielsweise schmeißen wir eine Heftzwecke hoch und um das zu überprüfen, schmeißen wir die halt 3500 mal hoch und wir stellen fest, dass die wirkliche absolute Häufigkeit von E1 meinetwegen gleich 2500 ist oder 2555. Wenn wir das Ganze nochmal mit 350 hier machen, dann sieht das Ganze ja so aus, dann wäre die absolute Häufigkeit meinetwegen gleich 250. Hier hätten wir jetzt eine Abweichung von ungefähr 6 und bei diesem hier hatten wir eine Abweichung von 5. Das soll jetzt absolut nichts heißen. Wir könnten auch hier 2554 nehmen, dann wäre es beide Male 6. Aber hier wäre es relativ näher dran an 2560, als hier an 256. Prozentual will ich das jetzt nicht ausrechnen, aber das kannst du ja gerne machen und als Kommentar posten. Aus diesem Video sind wir dementsprechend jetzt raus und kommen gleich wieder mit der Vier-Felder-Tafel. Jippie! Schildchen!